Giovanni Zarella, 46, steckt derzeit mitten in den Vorbereitungen für seine Giovanni Zarella-Show im Mai. Umso überraschender ist es, dass der Schlagerstar sich für diese TV-Show-Zeit nimmt. Erst vor wenigen Wochen war Giovanni Zarella an der TV-Show Demeskzinger samstags, 20.15 Uhr, ProSieben, 2024 als das Mysterium zu sehen. Seine Fans feierten den Schlagerstar dafür, denn weder die Rätselkandidaten noch seine Familie wussten von seiner Teilnahme in der TV-Show. Giovanni hatte in der den Song Shape of My Heart von den Backstreet Boys maskiert auf der Bühne gesungen. Giovanni Zarella kehrt zurück zu Demeskzinger. Für seine Fans war er kurz nach der Enthüllung in Show 2 bereits der Favorit. Umso überraschter dürften sie sein, dass Giovanni Zarella zu Demeskzinger zurückkehrt. Denn laut Bild wird der Schlagerstar in der vierten Folge der Show am 27. April 2024 als Stargast im Ratteteam dabei sein. Giovanni Zarellas, wie wird sein Comeback bei Demeskzinger aussehen? Ein Comeback, das nicht nur seine Fans freuen dürfte. Auch Giovanni Zarella schwärmte damals von seinem Auftritt als Mysterium bei Demeskzinger. Ob er nur als Mitglied im Ratteteam dabei sein wird oder vielleicht sogar seinen neuen Songdanzer performt, will sich zeigen.